ein japanischer pilot naja wenigstens habe ich jetzt eine der flachs mit einer ganz dicken fahne markiert vergesst eure kühler nicht spät so strich der staffel information wir sind schön synchron in die formation eingeschwenkt total geil kann ich irgendwo in heckschütze für eine a4b machen ja bei mir kann es auf unseren flügeln in der mitte sitzen wir fliegen ganz nah ein fuß linkmaschine ein fuß rechte maschine ich weiß nicht einfach aneinander gota wir können aber rakete machen wo alle marken 70 prozent sprit alles klopfen hier oben zeit ja wir machen schon mal rakete sicher ja halt ab das war so fülle auf haube zu ach so wie du fiel auch nicht das ist eine rakete libano rollt an rakete eins wir müssen nie lösen kran rollt an die rakete die durch den los kann man was sagen ja ok ein solos der solo wo ist denn du wir gehen in den vier oder der ist ja auch du musst mir kann man sich aneben also ich kann es darum ich konnte nicht sehen dass du gefangen als wir wirklich meldung machen wenn du starten Zum Kleinigkeiten. Ja, also wirklich. Ich dachte doch mal. Oh nein! Was hast du jetzt davon? Super. Ist einer quer gestartet noch? Gott, hole ich jetzt in den EGW rein oder was? Dann wollen wir doch mehr konzentrieren, das wäre ganz angebracht. Ja, ich bin da. Komm jetzt von hinten rein. 1.0.11 Uhr. Glaub ich rausstocken, sind alle weg? Ja. Das ist das gerade weg, ja. Wer habt ihr die Haube liegen lassen? Ich hab grad... also... Du aufregen beim Start ist nicht gut. Kleine Sünden, lieber Pylon. Das passt, der liebe Gott sofort. Das ist natürlich. Flodogott. Nein, Gott will es. Gott will es! Was ist denn los? Einzelkontakt auf 2 Uhr. 1.0 oder 1.1? Was war's? Inselbe Höhe. Oh! Ja, eine Schöne. Jetzt 3 Uhr. 2 Uhr. 4. Eine schöne Traube, oder? Hier ist aber eine schöne Traube. Wir schmecken auch gut. Oh! So ne Schein! So ne Schein! Vor allem, wenn Drüssel feucht ist. Das sah aber nicht wirklich gefährlicher aus, wie der Fließ. Noa! Noa! Auf der linken Seite von mir und wie viel auf der rechten? Links ungefähr 4-5 Maschinen. Na, Victor, das könnte da mal hinkommen, was ich sehe. Und rechts? Sonst dann mehr, ne? Da sind mindestens nur 8 Maschinen. Die vordere Gruppe sind sowieso 5 Maschinen, oder? Dann 6 Maschinen sogar. Dann würde ich sagen, bleibt die linke Seite oben dann. Wer ist? Der tötet ihn. Kann ich machen. Ich bin die Rettuntergelung. Ich bin die Rettuntergelung. Die Rettuntergelung. Genau. Ich bin ein bisschen Bomberpilot, wollte ich nur mal kurz sagen. Okay, Freiwillige vor. Pilon geht zuerst. Ich geh auch mit runter. Ich geh auch mit. Ja, Titel kommt ja auch mit runter. Ja, wir gehen mal auf 1 vor halb 10. Und wir machen mal die Bomben scharf. Victor, Bombenmäe. Alle Bombenmäe. Mäh. Bombschaf. Bombenmäe. Dachter auf 11,12 Uhr. Mähmäe. Victor? Ist eine... 109. Also, Balthasar nimmt das Abgeschlagene ganz da hinten. Also, ich würde das rechte nehmen zu sagen, die zweite Reihe, was ein bisschen westlicher ist. Okay. Ich nehm das... Oh, da ist noch eins aufge... Ich nehm das... Ich nehm das... Ich nehm das östlichste. Also, von uns aus gesehen, das linkeste. Victor. Victor. Autopropage rein. Und wir drücken an. Ja, stimmt. Am... Aufhören. 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 Hört auf aus unserer Richtung. Das südlichste, oder wie? Negativ. Ich bin nördlich geblieben, natürlich. Ja, ich flieg jetzt ein bisschen mit, damit ich das sehen kann. Kommt aufhören, ob du die zweite Reihe auch dazu zielst, sozusagen. Ich kriege einen Brecher. Ich hab alle gezählt. Einfach das in der Mitte ist mehr oder weniger. Ja, danke. Äh, meine Gruppe über Lisa. So, da greift schon einer meins an. Ich schieb gleich ab. Warum wär los? Balthasar-Bombe raus. Ja, Balthasar. Ich glaub, die war genau drin. Sah gut aus. Treffer. So, wir steigen dann eine Mal. Plus 1, 5, 0. Treffer. Hab auch getroffen. Balthasar-Treffer, sehr schön. Schiff brennt. Wurdo. Ja gut, Libano geht noch mal rein. Wir lohnen mit. Ich geh aus nördlichste. Südste. Dann nehm ich jetzt mit, lass dir, wa? Nido, wo seid ihr? Wir sind, ähm, westlich der Schiffe. Auf, hallo, 33. Södlich, südlich, südlich Treffer, südlich Treffer, südlich Treffer. Berühre Kran. Okay. Viele Kontakte über den Schiffen jetzt, hallo, 10. Wie gesagt, Kurs 1, 5, 0, etwa raus. Spano 6, Mitte Schiffe, Mitte Schiffe, 6, Mitte Schiffe. Okay. Wer kann ihn berühren? Ja, mindestens eine Speed. Gelohn, bin auch da. Verfolgt uns, mindestens eine Speed. Ja. Dann mit Werder fertig. Zweite Gruppe auf die Ertauschstation. Okay. Dann erste Gruppe, freie Jagd auf die Split. Split zwischen uns und dem brennenden Schiff, flach. Na, Lisa, jetzt. Victor, berühre. Geh ich an. Weiteres Split kommt uns entgegen, Vorsicht. Schießt gerade. Die 109 ist genau reingeflogen. Das ist die, die ich angehe. Kannst du sie ziehen, wer auch immer da die Speed dran hat? Wir gehen auf die vordere Split, der wird beschossen, wenn er es nur nicht bemerkt hat. Ja, nicht andrücken. Was machst du? Ich komm ran. Vielleicht war das gar niemand von uns, der da angedrückt hat. Mittlerster Schiff ist noch intakt. Ja, hab dich getroffen. Was ist das für jetzt? Ja, ich seh sie. Wer kann das außer der zweiten Gruppe übernehmen? Jo, kann ich machen. Go da. Okay, schwenk. Schwenk raus, Go da. Der Rest bleibt bei mir. Vorsicht, die zweite Speed kommt jetzt auf. Flach auf die Schiffe zu, ist aber noch so sechs, sieben Kilometer entfernt. Ich geh runter auf 25. Victor, der Rest bleibt bei mir. Also ich stehe jetzt zu dritt, glaub ich, auf der einen Speed. Hat einer von uns Fahne tief über den Schiffen? Wir haben Kontakt, äh, ich hab jetzt einen Kontakt auf 12 Uhr, Hallo 25 und Kontakt auf Hallo 15. Okay, das war anscheinend Libano. Kontakt auf 12 Uhr wie du. Kontakt auf Hallo 25 scheint Spitfire zu sein. 109 in der Hohne. Schöne Treffer. Die 109 hat eine 6, Vorsicht. Die an dem Wasser 100 Speed grad dran war. Jetzt wieder kurz frei. Jetzt kam ne Spit entgegen. Spit? Ja, wir gehen aufs Ziel erstmal. Aufs Ziel runter. Mindestens drei Spitz, hier war Fanny sogar vier. Die Spitz auf den nördlichen Schiffen, über den Schiffen. Eine auf Hallo 7, da geh ich dran. Ich bin an dieser. Ich drehe jetzt ein Richtung Dover. Danke Keraja, sehr gut. Und dann sofort der Schiffen. Die hat mich so zerstört. Zurückziehen Pilon. Victor. Bidu, die kleinen Radarstationen vorn? Nochmal Kontakt auf 12 Uhr tief über den Clip. Victor. Ich nehm die kleinen Radarstationen. Dui. Victor. Ui du. Vorn, wo da kommen wir raus? Kalf, gehst du hinter? Auf die Großen? Ich seh nichts. Ach, Radarschatz. Was ist cool? Ja, okay. Ich bombe mal rein. Versenkt. Ich hab Bombe auf die Gebäude gebraucht. Ja, das war noch vom Stuka-Einsatz. Jetzt aber. Ja, keine Explosion bei mir. Spitfire auf Halo 5, äh, südlich der Schiffe. Fliegt auf die Klippen zu. Hat jemand ne Explosion gesehen? Einige Schiffe weg. Viele Schiffe getroffen. Die sind so weit gegangen. Bei dir. Okay, ab zu den Schiffen. Spick über den Schiffen. Halo 15. Kardinaliser. Seh sie, glaub ich. Ja. Fliegt jetzt südlich. Ja, Halo 10. Halo 10, ja. Oder überm Hafenbecken. Welche 109 hat Sex mit Wasser? Alle zu den Schiffen. Zwei Spitz an dir mit Wasser. Wieder frei, die ist wieder frei. Oh, drei Spitz hier unten jetzt. Wir kommen mit dazu. Wir kommen mit dazu. Der Freiseiter macht wohl ein bisschen Höhe. Die sind jetzt mittlerweile auf 10-15 teilweise. Ich zieh mich raus, ich hab Seitenhunder bestätigt. Die Tiefe am Deck mit Wasser... Die 1009 mit Wasser kriegt schon wieder 6, ja. Zwischen Schiffen und Wasser. Ja, ist rein gut. Das war keiner von uns. Stürzt aber ab, wie es aussieht. Ich hab da Speed draufgegeben. Die 109, die Spitfire nördlich verfolgt hat auch eine weitere 6. Ne, äh, 300 Meter vielleicht. Auf Deck. Ich geh rein, ja. Ich hab' ja grad beschossen hier. Ich hab' ja grad beschossen hier. Ich hab' den Speed noch auf Halo 10. Ist das die, die Wasser zieht? Negativ. Einer mit viel Energie, die ist jetzt erstmal auf Halo 15 über die Schiffe gestiegen. Also wieder frei. Also wieder frei. Motor wackelt aber. Viktor, danke. Das eine ist Speed auf Halo 10 über den Schiffen mit Wasser. Ja, die ist, die kann nicht mehr viel. Aber auf Halo 15 ist eine Vorsicht gebunden. Und dann Zoom gleich wieder. Danke. Halo 20. 6. Oh, doppel 6 gleich. Oh, dreifach 6. Oder Viersach. Ja, ich hab' auch ein paar Sechsen. Ich bring' sie mit. Die Splits von St. Margret's Richtung Schiffe. Oh, Scheiße. Einer hat mitgegeben. Kein hinter. Einer bricht über Rolf Stärfer noch weg. Oh Gott, jetzt bin ich mittendrin. Oh cool. Ich glaub' ich bin wieder frei. Ja, ist okay. Du darfst das nicht mehr dran haben. Wieder jetzt über den nicht gesungenen Schiff gleich. Mit 6 hinten dran. Bin aber ziemlich schnell unterwegs. Sollte mich nicht bekriegen. Ja, ich hab' nur 6. Und jemand hat eine abgeschossen. Weil das Auto greift. Hallo. Oder bist du grad noch räum? Ich. Äh, jetzt flieg' ich grad aus auf das rauchende Schiff. Ja, ich hab' nur 6 über den Schiff. Was noch nicht abgeschossen wurde. Zieh mich jetzt zurück Richtung Klippen. Hallo. Weg. Ja, ich seh' dich. Äh. Oh ja. Ziemlich nah, gell. Tysaik hat was hat gesagt. Ach, dann ist es Valdasar. Achtung, da kommt noch mal eine rein. Hat' ich überschossen. Abstand geht noch, halbwegs. Zieh mich weiter raus, bisschen in den Klippen. Ah, da stütze ich drauf jetzt. Bin direkt an der bei Valdasar. Oh, scheiße. Ich stütze grad auf die hintere Rennung. Oh, daneben. Bin raus. Wie du frei. Ah, ich hatte wohl auch Wasserkühler. Mein Motor ist grad verreckt. Nee. Die scheint die Ölwanne schon wieder getroffen zu haben. So, hab die Speed beschossen. Oh, nee, nicht frei. Züglich der Schiff immer noch zwei Speed. Auf 0 bis 05. Oh, bin direkt über. Ich komme runter. Goda geht schwimmen. Geht noch mal schwimmen. Du ziehst sie grad Richtung Calais, oder? Wie du? Ja. Zieh sie weiter, ich stütze grad runter. Jetzt sind wir schon wieder zwei Stück an dir. Mhm. Valdasar, du bist frei. Vector, danke dir, Goda. Hab ich noch mal drauf gegeben. Alles klar, danke. Ja. Dreckscheiß. Hm, ist ja noch ein leichten Lisa. Achtung, 6. Da ist eine 190, die in irgendeiner Speed zieht. Tief am Deck. Wegströvenkampf. Wegströvenkampf. Ist das einer von uns? Macht jetzt Wasser? Ach nee, scheinen Sprit lag. Ach nee ist Wasser. Jo, ich glaube das bin ich. die hat echt Glück gehabt, dass sie noch hochgezogen hat ja, wasser kühler ist scheiße Flug bei Palutkill Flug von Flug Ob die Spitty von der 109 runterge... Oh, ich hab selber 6, shit sieht mich einer mit dem großen Furball hier Es scheint nur noch das verpackte Schiff übrig zu sein 109 wird beschossen, Vorsicht Oh nein, es ist eine Hurricane, die beschossen wird Ist jemand von uns an der Hurricane dran? Ja, ich Ich weiß nicht, da ist auch eine Spitty irgendwo in der Nähe mit viel Energie Er kommt grad wieder runter auf euch, die ist die höchste Maschine in dem Dogfight 309 hinter... Ah, okay, sie ist an mir Oh, da ist wieder eine Kongo-Line, irgendwer zieht eine Hurricane, die hat abgelassen Ich geh jetzt mit der Spitte noch Ich geh jetzt mit der Spitte noch Eine Wasserkühler rückkommen Habe ich hier mitgegeben? Jo Schöne Treffer Ja Vorsicht, auf die 109, die grad die Hurricane beschießt, kommt eine Spitty mit rein Nee, auf mich Ja Ich bin hinter ihr Alles klar, ich geh jetzt gerade nach unten Ich bin mir nicht gefolgt Habe ich draufgegeben Doch, ich hab was abgekriegt Ja, fahr weg, geht raus, bind Und geht, glaub ich, rein So Ja, geht ab Ja Dem geht einer ab So, dann noch drei Kontakte Der Pilot ist verwundet, ich flieg rein Ah, ist doch nur eine Falschwunde Deshalb soll auch was jetzt für ein Löffel raus Solange nicht beide Arme absiliert, die Maschine nicht verlassen So, jetzt sind wir eigentlich relativ sauber, absetzen, alles nach Hause Jetzt fängt sie auch wieder grad an zu heulen Jetzt fängt sie auch wieder grad an zu heulen Jetzt fängt sie auch wieder grad an zu heulen Die Bahn ist von meiner Seite aus frei Ich komme süd nach Nord zur Landung rein Auf welcher Seite der Bahn? Äh, relativ mittig grad Okay, dann geh ich von dir ausgesehen links Komm aus der Gegenrichtung Äh, ich hör jetzt die Serena auch Da hinten scheint Luftkampf zu sein Äh, ich glaube südliche Richtung ist das Oh ja, vier Drei Kontakte Achtung, da landet einer entgegen Nicht nach links, nicht nach links Oh ja, gut War auch ein ganzes Stück weg Soll ich doch um den Künft, oder? Löffel 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 Ich seh sie gar nicht mehr Ja doch, ich seh sie noch Ja doch, ich seh sie noch Mann, vier Stück irgendwas Ah, der kommt glaub ich näher Ah, jetzt Ich seh was Ja, kommt tief aufm Platz zu Mit Wasserkühler Das ist ne Spitfire Ich glaub da ist der Der Wasserkühler ja auch unter der rechten Fläche Ich seh ein Jo, Spitfire Fuß Kongo Dreht auch wieder ab Schalter Genau rechts weg Hört ihr nur nach Hause, komm Sheriff Fußbahn 2 Huch, 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 was ich mir so laut Ich start nochmal Ich hab noch Sprit und Muni, deswegen hol ich mir Der macht's eh nicht mehr lang So So Sankur Fremdes Motorengeräusch Uah, jetzt hab ich geschossen Oh shit Ja Feind über dem Flugfeld Wir haben kein Jäger jetzt hier über dem Flugfeld Ja Das bitt ich direkt über dem Flugfeld Alle aufpassen Sechs Vorsicht ne, 109 kriegt sechs Ach, der will hier am Flugfeld landen Boah, die Flagge ist heftig Boah, die Flagge ist heftig Ah, ich krieg wieder sechs Oh, shit Oh, jup, 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 siehst, siehst, siehst Ich komm selber zu Landung rein Ich komm selber zu Landung rein Ich komm selber zu Landung rein Vorsicht, Feindjäger auf Coquel Eine Speed und ne Hurry So wie's aussieht So wie's aussieht Bin noch ne Speed dran Ich bade wieder zurück Bei etwas Boah, die Flagge ist heftig So wie's ihr da geht, aber es geht chao, schon mal Oh, ja, dann ist das Was你 mal